Musik 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 Was ist denn Obe, Alter? Musik Ich bin Tim Ich YouTube-Bot Was ist das hier? Oh Gott Ja Ich bin Tim Das ist Nummer 9 Das ist Nummer 9 Das ist Nummer 8 Das ist Spiel 8 Das ist Spiel 8 Leute, Spiel 8 Wir sind zurück Ich bin gebrochen Warum? Wir spielen Bumerang Das heißt, alle gegen alle Jeder hat einen Bumerang Man muss den Bumerang durch den Gegner werfen Dann ist er tot Also hier bringt er doch nichts zu überleben Sondern noch so viel Kill zu machen Und was dir mir aufgefallen ist Wenn du den Bumerang nicht hast Und dann einschlägst Killst du den? Ja genau, du machst den kurz K.O. Aber nur mit dem Schlagen Dann killst du ihn Spielprinzip werdet ihr im ersten Spiel sofort checken Beliebige Taste pushen Wir nehmen die gleichen Chars wie im Training Ich nehme die Karotte Ich bin die Karotte Du ist Sushi Steve ist Melone Und Zucker ist Biken Keine Bots Äh Ich glaube Kills bringt Punkte Ja Kills bringt Punkte Kills bringt Ich hab im Training nicht eingekillt Spieljaue So Hier Ja doch Kills ist gut Kills ist gut Was sagt ihr? Kills ist geil Kills ist geil Sonst kennt die eigentlich mehr die Kills ist geil Kills ist geil Auf der Runde Nein keiner auf der Runde Wir sind warm Autobalance Left Side Versuchbare Power Up Power Up Achso Ohne Ohne Power Up Sparta ist ja eh aus Zurückholen Halter werfen Genau Genau Bumras fliegt etwas näher an den Gegner Ja Hat ja eben gut geklappt Das ist ja schön Stimmt War das ja schön So Machen wir die Idee Dann läuft das Kommt Und dann geht's los Ich kann fort Dann kommen wir rein Neue Map Ja Kennen wir Jolla Da unten ist ein Teleporter Da unten ist ein Teleporter Was ist ein Teleporter Was will ich denn hier Was ist das denn hier Sind ja so ne komischen Mann Digga Alte Digga was soll das Ja Mit Bande Ja hast du Lukas sein Dings gesehen Ja Lukas hat mit Bande Colabry gemacht Ey der zwei Colabry Ey ne Wieso ist das eigentlich Im Training die schlechteste Sollte Das ist aber ein Lucky Brand Schau Hä Ja Raus ist die Sau Kannst doch durch Ah aber durch die Bambusdinger nicht Oh Digga Och mann Alter Es ist so schlimm Ey wann meine Bummer anzuänderung Ich will grad meinen Bummer an Oh was für Prostige Ich werd nicht einen Film machen In zwei Kills Boom So ein Spiel zur Entscheidung hier Ich bin geboren Der muss meinen Du Sackgesicht alter Er hat across the map mich gekillt Oh Oh Digga Uwe alter Was war das Eeeh Die scheiß Bande rechne ich immer nicht mit Ich hab gar keinen Bock Wenn Uwe der ist gegen Wunderbar Der trifft das nun so halt Ja ist die Gale super Ist das Eis Ist das Eis Ich hab mal einen Bummer anzuänderung Ich hab einen Bummer anzuänderung Ja weil er gegen die Mauer geflogen hat Ja der geht das spiel scheiße Nehm ich auch dein Ding Oh 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 Ich hab zwei Alles gut Ich bin da 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 Boah nicht wieder die Scheiße Der andere hat Wir haben Schutzschild nicht die andere Ja bin ich mir auch nicht Ach du bist so ein Sack Was ist Schutzschild? Ja jetzt hast du nur dein Oh nein Wieso haben die beide Schutzschild? Er leidt oben immer noch mit Schutzschild Schutzschild Ey das ist ja aber Auto-Aim auch ne? Wenn du schlecht bist, wirst du ein Schutzschild Da ist ja wirklich die Auto-Aim hier drin Ja das ist ja aber kein Schutzschild mehr oder was Was wollt ich denn hier Taktisch gespielt? Ey guck mal wie soll er ein Schutzschild Mann Skope Ich hab ein Schutzschild Ich hab ein Schutzschild Ich kriege ein Wasser Ich auch Das Wasser geht einfach weg Die Flecke geht einfach weg Einfach ein Wasser geflogen Ich hab ein Schutzschild Ich hab ein Schutzschild Warum hab ich ein Schutzschild da heute? Jetzt aber nicht mehr Bin ich auch doch nett Ich lauf da rein Komm noch Boomerang komm Nein Aufpicken Wie kann ich ihn anbieten? W уу wut Ich hab ihn noch nie hab ihn noch einmal aufholen тебя WAS Ahn das denn? JA Die Arschgranaten jaketaves Feiert Den Grund Oh, der fang nicht gut. Ich bin auch fast der Rebounder. Ey, da denkt man in dem Moment nicht dran. Ich renne rein wie ein blöder... Woher kennst du wieder hier? Mach ruhig. Was ist das für ein Portal, Alter? Was? Du bist so... Er haut mich da durch, du kannst da durchwerfen. Du bist so ein Affe, Alter. Ja, Digge! Ja, Mann, ich seh das nicht. Ich bin alt, Alter. Der hat zwei Kills schon wieder gekauft. Was ist das denn? Kann man hier springen? Ich bin einfach ins Wasser. Weil ich... Mann! Ich bin Rentner, Digge! Er hat eine Reaktion, Alter. Wo komm ich denn raus? Hä? Oh, das ist ein Dreckspiel, Alter. Digi, Digi, Digi. Nur Uwe Kling, ein einzig hoch. Es gibt so ein Dreckspiel. Ich bin hier gar nicht durch. Ich darf nicht gewinnen. Was ist denn das? Wie ist die Gemeinde denn so billig, Alter? Wie ist die Gemeinde denn so billig, Alter? Wie ist die Gemeinde denn so billig, Alter? Oh, ich renn noch rein bei dir. Was hast du dabei angekommen? Ja, Skopat fängt nicht rein. Ja, Skopat fängt nicht rein. Du hast zwei bekommen. Du hast zwei bekommen. Alter, wie lucky du bist! Was? Ey, Digga. Das wäre schneller, Digga, Mann. Nein, das ist auch nicht, Digga. Mein Trick. Oh! Hö? Was war das denn? Ich kann dir doch jetzt... Wieso ist der Scheiß? Wieso? Ich drück! Ja, aber ich auch gerade. Ich schmutz! Du hast nichts passiert. Ach, Mann. Wieso bin ich so bad? Du hast ein Schild, Alter. Mann, Skopat verpiss dich. Du gehst nur auf mich, du dummer Bastard, Alter. Ich hab ein Schild. Er hat ein Schild. Hä? Ja! Schild ist auch random, ne? Nee, der am wenigsten Punkt hat. Er hat gleich gewonnen. Er hat ja keinen. Der hat gleich gewonnen. Ja, aber der darf keinen Zweck mit fliegen. Nee, nur auf mich. Ja, komm, jetzt. Wir haben alle Schild. Alle gegen Skopat. Der darf nicht gewinnen. Ich bin im Wasser gesprungen. Ich hab ihn nicht gesehen. Hä? Ich bin da unten rausgekommen. Es ist das größte Drecksgegen. Ja! Ja! Ich bin random im Portal gerannt. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab nicht mal gesehen, dass da ein Portal ist, Alter. Ja, Tattoo ist da. Geil. Alter, am Schild, Alter. Hey, Hilfe. Ja, komm jetzt. Ja! Das ist scheiße. Ja! 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 Wir brauchen gar nicht. Oh, den anderen noch gemacht. Kannst du nur zum letzten Mal. Ich kann eh mehr vom letzten runterkommen. So, Alter! Weil ich Skopi jetzt nicht mehr aufnommen kann im letzten Spiel. Es bricht doch gar nicht. Es ist doch noch zwei Spiele. Nee, eins nur noch. Du willst jetzt fünf Punkte vor mir. Oder vier. Jetzt ist aber Spiel acht jetzt. Jetzt muss Spiel neun. Jetzt kommt Bolle. Komm mal kurz, Alter. Keine Ahnung, oder? Also Luca hat jetzt wieder schon mal safe mit drei. Nur zwei. Ich kann für Lukas haben, aber Lukas ist auch safe. Nee. Wenn Lukas jetzt neun Punkte kriegt. Wie weißt du? Du hast zwölf. Ich hab jetzt neun, zehn, zwölf. Ich muss dreizehn? Lukas hat dreizehn, acht, zehn. Zehn. Dreizehn. Wenn Lukas jetzt null Punkte, kann ich im nächsten Spiel noch den ersten machen. Wir müssen zu Ende spielen. Wir müssen zu Ende spielen. Wir müssen zu Ende spielen. Wir müssen auch zwölf. Ja, deswegen. Ihr beide müsst das Ding jetzt machen. Jetzt drückt nur ihr beide da oben. Nehmt den gleichen Charakter in. Hä? Melone. Und genau. Keine Bonds. Stellt ein. Einfach A. Wir haben alles mal so eingestellt. A drücken. Jeder ging eben. Und kam. So viele Kills wie eben? Nein, wir machen jetzt einen Win. Einen Win. Der wird jetzt gewinnen. Einen Win. Einen Win. Einen Win. Wir wandern. Einen Win. Ganz kurz. Was machen wir jetzt? Pause, Pause. Einen Win, dachte ich jetzt. Einfach Sudden Death. Sudden Death. Einen Win. Let's go. Steve, hau ihn weg. Ja! Ja! Diggi, du bist der Beste. Neun Punkte für den Loop. Da. 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 Vielen Dank.